moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal zu einer weiteren besonderen folge von die menschen so nachdem er zehn mal 10.000 mal gestorben sind habe ich ein paar mal wieder versucht und bin wieder hier angekommen das heißt ich habe die eigentlich alle gekillt die drei ritter auch bloß die ganze versuche zu zeigen ist irgendwie quatsch glaube ich deswegen lass uns mal direkt hier weitergehen wir wollen wissen was hinter diesem grauen tor ist dafür müssen wir natürlich diesen einbogen schützen noch ein kurz mal erledigen da auch nichts gegen dahinten leuchtet doch was sagt man auch ein holm und gras um neun stück nicht schlecht alles ins bedingst geschickt wie heißt das ins lager so ich weiß es jetzt nicht genau muss kurz gucken kommen wir runter stehen das schon so lange bin ich in sehengeschaltet okay das problem ist kann ich sagen dass jetzt ein boss kommt da muss natürlich immer ganz schön viele erledigen willkommen im scharf schützen sitzt okay kann ich sagen dass ein boss kommt dann sind natürlich gefickt dieses zauber bei sowas mit teamarbeit okay wie teamarbeit okay gehen wir mal rein schauen zu sagen wer da kommt okay er ist da ach das lachen halber heißt doch nichts gutes ach du scheiße oh nein oh nein wer ist er denn Durchdringer, okay Deswegen heißt er Durchdringer Weil man sofort durchdringt und tot ist Gut Gut Oder auch nicht Jetzt muss ich aber den ganzen Weg mir wieder dahin kämpfen Zum Durchdringer Das wäre eigentlich nicht so schlimm Wenn nicht so viele Gegner dann beim Weg wären Dann müssen wir unsere Dinger wiederholen Da kommt der zweite Hund Scheiße ey Der Durchdringer, okay Kann man sich auch nur wieder weg halten Von ihm oder so So wir gucken mal Ob wir das hinkriegen Hallo Der Durchdringer ist schon hart Willst du mir nicht helfen? Wahrscheinlich Was dumm ist natürlich Wenn ich alle drei Ritter nochmal besiegen muss Um zu dem rein zu kommen Das ist schon echt Weil diese drei Königsritter hier sind Die sind schon echt fies Wir müssen gucken Was wir das irgendwie hinkriegen Das ist wirklich Aber egal So Nein Okay Also hier oben sind auch noch ein paar Leute Die können ja auch noch ein bisschen runterschießen Aber ich glaube das machen die gar nicht Na gut Wir haben erstmal den hier Sag mal Was ist denn da los? Warte mal Sag mal Okay Jetzt reicht es mir aber So Scheiße ey Tatsächlich Muss man die alle nochmal killen Oder kann ich einfach an denen auch vorbeirennen? Würde mich mal interessieren Ich versuche mal vorbeizurennen Okay Wobei rennen Klappt also nicht So Da müssen wir den ganzen Weg Ja nochmal dahin laufen Ich habe überhaupt keinen Bock drauf Aber es muss das sein Das haben wir dann alles eigentlich noch Da haben wir noch irgendwelche Sachen dabei Die wir benutzen können Für irgendwas Äh Arstein Wir könnten meine Waffe ja stärker machen Ähm Da wir eh Da wir eh So viel verloren haben Sammeln wir ein paar Seelen Und dann gehen wir einmal zurück Und machen meine Waffe stärker Vielleicht habe ich dann ein bisschen Leichteres Spiel auch gegen andere Gegner noch Das machen wir jetzt Bevor wir jetzt zum Gegner normal gehen Weil Ich glaube das ist einfach Alter Köder Köder So Also das machen wir jetzt Wir sammeln ein paar Seelen Wir brauchen ein bisschen Brauchen wir ein paar Weil es muss ja auch irgendwie Es kostet auch alles Also 2.000, 3.000 Seelen Sollten wir schon haben Gucken wir mal Ob wir die hinbekommen noch hier Mit denen eigentlich Zu schaffen Der ist schon weg da hinten Okay Na gut Wieder ein bisschen Halbmondgras Oder zunehmende Mondgras Kann man hier noch mal reden eigentlich Mein Vater Der König Achso okay Gut Dann sammeln wir noch ein bisschen Ich weiß ja auch Dann gehen wir jetzt hier hoch Mach das nochmal Also die Durchdringer ist schon hart Aber irgendwie Kriegen wir den auch schon gewuppt Na gut Aber wie gesagt Wir machen jetzt mal unsere Waffenstärker Und dann Werden wir uns den Durchdringer nochmal vornehmen Ja also Man muss glaube ich Relativ stark sein Aber das geht glaube ich darum Ich muss das Angriffsmuster von ihm Ja auch erstmal lernen Direkt drauf zu Und Das war natürlich blöd Ist immer blöd Bei jedem Kampf hier Bei Demon's Souls Ist mir aufgefallen Aber jetzt machen wir die unten Nochmal ein paar platt Warum eigentlich immer hier unten Kämpft der Typ Ich denke wir sind sein König Oder sein Vater Na egal So wir gucken mal Oh warum bin ich denn da Was mach ich denn da Den hab ich gar nicht gesehen Kann man sehen Sag mal Langsam reicht es aber Jetzt muss ich mal Damit rechnen wir nicht Aber mein Schild Macht ja auch schon ganz schön Schaden Oh Na komm her Hier bugge looten Okay Okay Dann reicht es auch Also irgendwie Bin ich jetzt Nur am sterben Mache ich nichts anderes Als zu sterben hier So viel haben wir 2001 1 2 müssen wir noch haben Glaub ich Die mit den Piken Da muss man irgendwie An der Spy kommen Wie kommt her Ja Ich komme her Reiz aber mit den blöden Pfeilen da immer. So 2500 irgendwas haben wir. Durchlaufen können wir nicht, dann rausgefunden. Jetzt laufen. Wow, da haben wir noch ein paar Seelen gehabt, cool. So, da kommen sie schon angerannt. Können sie ruhig runterkommen, weil ich habe einen kleinen Trick. Da können wir theoretisch runtergehen zu Dingsbums, die hier kämmen, dann kommen die eigentlich dazu. Na ja, der eine kommt zumindest, dann machen wir den das nur platt. Das ist ein Ernst, ey. Das ist ein Ernst, ey. So, und jetzt können wir theoretisch hier die nochmal ranlocken. Jetzt sind die zu weit weg, ne? Natürlich blöd. Wir sind ja schon fast wieder ganz hinten. Ja. 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 Ich habe schon Seelen genug für unser Vorhaben. Aber ich wollte gucken, was nochmal klappt, so wie ich es gerade eben gemacht habe. Sonst kann ich nur toll. Hm, der Typ da unten, wie heißt er? Der Ritter, der kämpft da unten eigentlich. Da ist er. Und dann kommen die doch dazu und geht. Guck mal da. Soll ich doch mit ihm kämpfen hier. Der andere Ritter, der da oben ist, ist der hier zurückgelaufen? Natürlich. Natürlich schade. Aber wie man sieht, kriegt man da recht viel Seelen für. Was wir uns natürlich genau das ist, was wir vorhaben. Und bei dem ist es witzig. Wenn es jetzt klappt, kann ich mich ranschleichen und von hinten niedermachen? Das findet der besonders cool. Okay, das klappt ja nicht. Lieber hier hinten kämpfen. Oh, oh. Na komm mit. Jetzt kannst du mich nochmal ablenken. Na komm mit. Bleib stehen hier. Komm hier runter. Jetzt geht er da wieder rein. Das ist natürlich blöd. Oh. Oh. Das war ein bescheuert von mir. Selber platt machen, ne? Aber das war eigentlich nicht Sinn der Sache. Aber ich habe gerade gesehen, dass er hier drin auch ein paar gekillt hat. Na geil. So. Dann laufen wir mal kurz zurück zum Stein und werten unsere Waffe auf. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen leichteres Spiel hier mit den anderen. Ich mag es jetzt die Hunde gleich mal hier rausbrechen. Wird doch bestimmt irgendwann passieren. Halt, was hier irgendwas? Ne. War nur ein Geist. Ab zum Lexus. Weiß ich, ob wir genug haben. Müssen wir mal kurz hingehen. Ich glaube aber fast schon. Ich kann euch Waffen schließen. Und von alles haben wir genug. Was? Ein Hartsteinklumpen fehlt mir noch. So ein Scheiß. Rainer Hartstein. Und was war das hier? Rainer Rheinstein. Okay. Und bei dem? Okay, brauchen wir nicht mehr. Okay, aber Rainer, das können wir ja benutzen hier. Oh. Okay. Ein paar Sachen können wir mal abgeben hier, wenn wir ein bisschen Platz haben. Zum Glück, seit ich war krank vor Sorge. Lager verwalten. So. Man sieht, haben wir ja relativ viel von allem. Das ist auch nicht so schlimm, aber... Das kann alles wieder rein. Alles weg. Was ist das denn hier ein Stein? Was ist das denn? Nexus-Werkstoff. Wofür ist das? Der Nexus ermöglicht den Träger, so zwischen den Regionen zu reisen, als würde er durch den Nexus schreiten. Okay. Ein eiserner Schlüsselring. So, hier haben wir jetzt den... Auch weg. Dass man die Sachen nicht verkaufen kann, finde ich irgendwie ein bisschen dumm. Und dafür ein bisschen Kohle für bekommen könnte, oder? Panzeranschluss Bläuer gegen Ritters. Warte mal. Was haben wir denn jetzt da? Also irgendwie ist unser Anfangsding immer noch am besten, oder? Ist wahrscheinlich leichter hier. Aber trotzdem... Wir stehen in eurer Schuld. So. Wir brauchen noch so einen Harnstein-Klumpen. Wo kriegen wir den denn her? Was kostet denn der Seele bei dir? Wir brauchen bestimmt die Stärke noch mal höher. So. Gewehrt eure Stärke, auch dass die Welt... Seid ihr fertig. Möge eure Stärke... Was können wir denn... Was kann man denn... Was kann man denn mit dem Schlüssel machen da? Schlüsselring aus Eisen. Also wir hatten mal eine Tür, wo wir nicht reingekommen sind. Sagt ihr, die ist verschlossen. Aber da waren mehrere Türen. Das war doch... Wo war denn das noch mal? Wo war denn das noch mal? Warte mal, das war doch hier bei... Warte mal. Mal kurz was gucken. Also ich meine, wenn man über diese Brücken läuft, wo der Drache mal Feuer spuckt, da sagt er auch irgendwas mit verschlossen. Und dann war noch eine Tür... in irgendeinem Verlies. Warte mal, das muss doch hier längst sein dann, ne? Das gucken wir mal. Okay, dann sind ein paar Gegner. Genau, dann konnte man... Da war eine Tür, guck mal, da kann man mal hingehen. Okay, da war das. Das ist ja gut. Gehen wir noch mal nachher ran. Finden wir vielleicht... Vielleicht finden wir eine coole Rüstung hier. Das wäre natürlich geil. Das werden wir mal irgendwas finden. Bad des Herrschers. Oh Gott. Jetzt sind wir da runter. Also wenn hier unten jetzt nichts cooles ist, dann weiß ich auch nicht, weil der war ja so gut. Oh, da ist der cooler, fetter Sack. Oh, oh. Ach du Spassi, ey. So ein... Assi. Ah, weißt du, was wir hätten kaufen können? Pfeile. Wenn wir vergessen. Machen wir mal in der nächsten Runde, kaufen wir ein paar Pfeile. Na ja, komm. Was einfach super machen. Mit beiden. Testen wir mal mit beiden. Nicht so viel Schaden mehr, ne? Nein! Wow. Noch einen Eisenschlüssel. Also. Gut. Wenn der mal jetzt nichts für eine Truhe ist oder irgendwas, dann weiß ich auch nicht. Da liegt jemand drin. Kann ich öffnen? Komm. Was ist denn hier so? Da geht es noch weiter runter. Hier sind aber viele Leute. Jetzt haben wir einen eiserne Schlüsselring verwendet. Okay. Können wir alles einsammeln hier? Coole Sache, oder nicht? Dann sammeln wir alles ein hier. Ist ja auch was drin? Alles ist drin. Hier. Da sitzt jemand. Ach der fette Sack gerade, klar. Der ältere der Zwillingsfänge von Voletaria. Vielen Dank. Oh cool. Ihr verdient eine üppige Belohnung. Nur ich habe keine. Ist ja super. Geht ruhig weiter. Ich mache ein Schläfchen. Okay, ist ja super. Geil. Naja gut. Aber auf jeden Fall ist es das Gute ist ja, dass wir hier relativ viele Leute haben, wo wir was einsammeln können. Seele des angesehenen Helden. Okay. Warte, da hinten leuchtet auch noch was. Darunter meine ich. Keine Überraschung. Große Schafsteinscherbe. Okay. Zeit für Feiern. Turmschild. Okay. Ach, sie haben ins Lager geschickt. Okay, können wir sie angucken. Ja. Na gut. Irgendwo der Drache. Ja cool. Da haben wir noch ein paar Sachen und ein paar Seelen auch noch bekommen, was natürlich sehr cool ist. Ähm. Ja geil. Okay, war jetzt nicht die fettigste Wollung, die ich mir gedacht habe. Aber da war noch ein blutiger Eisenschlüssel. Wofür ist der denn? Hat ja gar nichts gefunden, oder? Hat das jetzt alles mit einem Regenschlüssel aufgemacht. Wozu ist denn der blutige Schlüssel? Warte mal, wir müssen mal kurz gucken. Nicht, dass der auch für irgendwas ist? Ein blutverkrusteter Eisenschlüssel. Äh. Das würde mich auch mal interessieren jetzt. War hier noch irgendwas? Irgendwas? Die Tür, die wir nicht aufgemacht haben? Nee. Das wäre ja auch spannend zu wissen, wofür das ist, ne? Hier unten war auch nichts mehr weiter. Nee, da war nichts mehr. Ah, das müssen wir auch mal rausfinden. Müssen wir uns merken. Also, falls wir mal eine blutverkrustete Truhe finden, kann man das da vielleicht reinstecken. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie... Mir kommt aber nichts mehr... Mir kommt auch keine Tür mehr in Erinnerung. Okay, der fette Belohnung haben wir jetzt nicht bekommen, aber immerhin hier. Kann man hier irgendwas machen? Wir sind hier reingeblich. Kann man hier für irgendwas benutzen? Guck mal. Große Hartsteinscherbe? Hier vielleicht? Nee. Hier gibt es auch nichts. Schade. Gespannt gewesen, ne? Wenn da jetzt noch mal noch irgendwas gewesen wäre, was wir cool gebrauchen könnten. Dass dieser Hebel auch nicht geht, verstehe ich auch nicht. Na gut. Aber ich will das jetzt machen. Wir haben noch so viele Seelen, die wenn wir jetzt einmal verballern, und zwar im Nexus noch mal, bevor wir uns an diesen Typen noch mal ranwagen. Wir müssen uns ein bisschen... Bisschen mal gucken. So, pass mal auf. Wir haben ja wirklich viele Seelen hier. Die können wir doch alle mal verbrauchen. Ich benutze sie jetzt alle. Seele des Dämonen, Drachengott-Dämon-Süle. Die können wir auch wegbringen. Wie viel kriegen wir denn dafür? Wow. Wow. Jetzt haben wir aber mal richtig viele Seelen. Da sollten wir uns mal ein bisschen aufpushen, vielleicht. Hallöchen, gute Frau. Gut, also die Vitalität machen wir auf jeden Fall mal höher. Dann die Kondition. Stärke auf jeden Fall. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. So. Auf dass die Welt geheilt werde. Ah, ist schon besser, ne? Aber... Leben ist auch nicht verkehrt. Wir lassen das mal so. 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 Haben wir richtig viele Seelen verballert. Seid ihr fertig? Das sind wir aber. Von dem Restgeld will ich noch ein paar Pfeile haben. Ich kann euch Waffenschmied. Nee, ich will was kaufen. Das waren nur Pfeile. Ich brauche mal so... Wie viel kriege ich denn dafür? Will ich 100 Stück kriegen? 100 wären es 2000, ne? Sehr gut. Bleib bloß am Leben. Ich brauche Kutcher. So. Gut. Jetzt gehen wir da nochmal hin. Uha. Ja, es ist schon ein feines Spiel, aber auch schon sehr abgespaced alles, oder? Ich will jetzt mal gucken, ob ich da hinten nochmal rein kann. Vielleicht finde ich ja nochmal was. Also ihn machen wir. Sind wir nochmal leise, platt? Brauchen wir nicht gegen... Großartig gegen ihn kämpfen? Okay, die Tür ist auf. Also brauchen wir nicht nochmal runter. Gut. Dann gehen wir hier zurück. Der Typ uns ist ja auch super geholfen da. Nur mal sehen wir bei. Also wie viel stärker ich jetzt geworden bin. Eigentlich werde ich nur stärker mit meiner Waffe nochmal. Ich brauche so einen Hartstein-Klumpen nochmal, damit ich meine Waffe stärker machen kann. Das möchte ich gerne nochmal rausfinden. Aber naja. Okay. Also wir versuchen jetzt den Typ nochmal zu legen da. Dann müssen wir natürlich erstmal alle rundherum wegmachen wieder. Wie immer, weil sonst schießen die uns von hinten in den Nacken oder so. Das ist auch blöd. Wollen wir auch nicht. Okay, dann haben wir uns auch gesehen. Okay, dann werden wir uns auch passen. Okay. Okay. Also eigentlich haben wir relativ... Blockt unser Schild eigentlich alles weg hier, muss ich sagen. Das ist schon ziemlich cool. Weißt du, wir können das Schild auch einfach geblockt lassen die ganze Zeit. Dann würden wir die, glaube ich, auch platt machen. Und dann testen. Sorry. Ich werde die Abkürzung hier drüber nehmen. Oh, oh. Hallo. So. 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 Das war mal gut. Sollte ich mal auf Magie. Brauche ich eigentlich gar nicht. Aber könnte ich mal höher machen. Einfach damit ich mich dreimal heilen kann. Aber naja. Gibt es noch irgendwelche Wunder, die man lernen kann. Vielleicht finde ich ja noch ein paar. Aber Was ist noch aus. Oh. 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 Na komm her, da. Ja, platt machen. Und jetzt Beine in die Hand und loben. Die müssen wir zwar auch killen, aber bitte auf die nette Art. Das ist auch krass, dass es drei sind auf einmal, ne? Also ich meine, die kannst du ja eigentlich nur auseinanderziehen, sonst schaffst du es ja gar nicht. Jetzt kommen die nicht. Scheiße. Man, ihr seid kommt zu mir, Jaffen. Hallöschön. Aber die beiden kommen auf jeden Fall. Brave Hündchen. Oh, oh, fuck. Echt jetzt? Das wird wieder lang, ey. Ich weiß nicht. Kann sein, dass ich das erlasse, dass ich mich zwar hin kämpfe immer wieder, aber ich nicht den Kampf dahin zeige, weil das einfach zu lange dauert, bis ich immer drauf tot gehe. Macht ja gar keinen Sinn. Habt ihr wahrscheinlich auch keinen Bock drauf zu gucken. So. So. Wir halten noch kurz. So. Und dann geht's nochmal da rein, ne? Welch lieblicher Sound da drin. Gut. Okay. Uh. Los geht's. Wir müssen uns ein bisschen verstecken. Der ist sehr hart. Braucht ihr Hilfe? Was? Ja, brauche ich. Die Ehre der guten Ritter. Dieser dämonische Ritter. Der ist ein für allemal endlich. Ah, wie cool ist er denn? Weg, 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 weg. Nein! Alter, schaut euch auf wie viel Leben der schon weg hatte. Der ist noch den Typen, den wir aus dem Gefängnis geholt haben. Ah. Ich hoffe, der taucht nochmal auf. Nicht, dass es das einzige Mal war. Das wäre schon echt ärgerlich. So, ich schneide mal kurz. Vorne hin. Und ja, jetzt hoffen wir, dass dieser Typ aus dem Gefängnis noch immer da ist und uns hilft. Mal sehen. Ja, er ist noch da. Das ist super. Ich muß hier weg. Und zwar ganz nach hinten. Oder das Trägen essen. Der Typ ist da hingehen. weg lauf du bastard wir haben ihn besiegt das war recht easy weil der typ natürlich jede menge leben richtig auf sie noch hingezogen hat geil bist du denn geiler type waffenbruder okay aber trotzdem habe ich dem muss ich zugeben habe ich dem auch relativ viel schaden gemacht du bist wunderschön danke ziemlich cool oder das war ziemlich cool so hier ist der coole stein wir haben eine dämonen seele bekommen und dann geht es aber zurück ins nächste in den nexus gut super geschafft das ding vielen dank fürs zuschauen hoffe ihr seid beim nächsten mal dabei und bis dahin tschüss mal dabei und bis dahin tschüss ein Untertitelung des ZDF, 2020